Tilted Towers ist zurück und wir müssen, dass du... Oder? Hast du Schluck auf, oder? Ich soll grad ne epische Antwort machen, der hat einfach Schluck auf. Leute, meine Klammer, was ist das Wicke? Und zwar ein neues Video auf dem Kanal, Leute. Und heute ist Tilted Towers zurück, beziehungsweise gestern. Aber ihr seht's heute, Freunde. Und wir machen natürlich, wer überlebt länger in Tilted Towers. Und das heute mit dabei, mit André und Mikael. Was geht, Allah? Mach mir lichlisch. Freunde, da wir keine Freunde mehr haben und Mikael uns abgefickt hat und Blaze schneiden muss, müssen wir es halt mit Mikael machen. Ich bin froh, hier zu sein. Halt deine Schnauze. Jeder weiß natürlich, wie dieser Modus funktioniert. Wir gehen rein in die Trio-Runde. Wer überlebt länger, der, wo zuerst stirbt, muss jedem 1 Euro geben. Nein, der, wo überlebt hat, kriegt 1 Euro per Paypal. Abonniert meinen Kanal und liked die Glocke. Und ja, los geht's. Okay, Freunde, und zwar geht's jetzt gleich los. Und ihr landet einfach, einfach die ganze Lobby landet in Tilted Towers. Es ist eine unmögliche Chance und ich gehe direkt L-Häuser. Geh, viel Spaß. Okay, Freunde, es geht los. Und zwar ist in Tilted Towers. Einfach alles. Wir haben nur einen Sniper. Der ist da runter. Ja. Da kommt noch einer. Ach, Digga, Mann. Bro. Er ist unter der Treppe. Er ist unter der Treppe. Kommt schon, nice. Hi. Hey, Digga, nicht in seinen Schuh. Ey, oben, 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 ist noch einer. Da oben ist noch einer. Du kannst unter Boot kommen und uns ratzen vielleicht. Doch nicht. Oha, Hai nicht. Der Hai geht. Ja, nice. Er steht da noch, er steht da noch. Guck mal, er ist ein Gott. Oder er ist irgendwas. Was macht der? Er wartet auf den Hai. Was macht der, Digga? Kannst du André holen? Gesamter Kraft. Sind wir stark, meine Freunde. Der Hai hat sein Leben genommen. Ich glaube, wir sind ein Sprinkler, der Leben gibt. Er ist da oben. Der Hai macht 1-1 gegen ihn und gewinnt. Ich schwöre. Kommt hier hin. Hab ihn, hab ihn. Hast du ihn down? Bob's Ur-Onkel heißt er. Bob's Ur-Onkel, Digga. Das Sprinkler. Sprinkler ist ein Vater. Gib mir eine Pappe, André. Take it. Thank you. Okay, Jungs, wir haben es geschafft. Den ersten Start, der Starts. Ja. Okay. Hai, Digga, verpiss dich. Reuel Stress. Real Talk. Okay, Freunde. Es geht los, Jungs. Es geht los. Wer überlegt länger in Tilt House um 1 Euro Paypal-Modus? Okay, ich bin weg. Ciao. Bleib einfach in den Mülltonnen. Hä? Stimmt. Achso, der Hai. Achso. Der Hai, Digga. Ich hab unnummer Angst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alles gesnackt, Digga. Bananen gehören mir. Okay, Freunde, wir müssen nur überleben. Auto, Auto, Jungs. Alles gesnackt, gehört mir. Der fährt, der fährt rum. Die können wir holen. Oh, vor mir werden Leute gekillt. Haben wir einen. Aber wichtig, Digga, let's go. Mikael, mach keinen Scheiß, Digga. Mach, 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 mach. Bei mir größer Schwitzer, Digga. Größer Schwitzer, nicht kleiner. Der Digga ist der größte. Aber schuldig, warum gehst du weg, Digga? Bin ich dir ehrlich? Ich hab einen gekillt. Geh nicht weg, Digga. Ich geh kurz zum Mülltonnen. Ich gehst Banane, Digga. Da hab ich gesehen, ich bin raus. Digga, safe. Mikael, ciao, Digga. Kein 1 Euro. Ich geb euch keine 1 Euro. Ich bin in der Mülltonne, Digga. Ich bleib hier. Was? Du musst zu mir kommen. Warum? Richtig. Oh mein Gott. Wenn ich das überlebe. Danke für den Slurp-Juice. Komm, 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 komm. Und dann? Ich bin am Aufnehmen. Leg einfach vor Tür. Ja, was? Was ist los? Ja, und hast du was zum Heelen, du Dummkopf? Nee. Hier ist echt jemand. Ja, das ist der Schütze. Mach's bereit. Ich bin bereit, Digga. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Der Hai macht One-Hit. Er hat gute Shots. Mikael, ab den Schützer. Let's go. Nein, hab ich wiederbelebt irgendwo? Ich hab die Krone, Digga, weil ich bin zu stark. Okay, Freunde, wir haben echt noch gut überlebt. Wir haben gut überlebt im Titeltaus, das ganze Leben von meiner Mutter drin ist, Digga. Sag nichts gegen die Mutter. Geh nichts gegen die Mutter. Geh nichts zur Mutter, du. Okay, jetzt brauchen wir Healing, Jungs. Also macht euch voll. So langsam fighten wir gegeneinander, Digga. Okay, beim Schwitzer-Team sind jetzt nochmal Schwitzer. Ja. Peace in die gegen dich. Ja, bitte helf mir. Ja, rest in peace, Odo, Mann. Ich komm. Hab ihn sechs nach. Hab ihn, Digga, down, Digga. Was denkt er, wer war? Geh nicht auf Mutter, Digga. Ich hab nicht geschossen. Schön chill dies, Digga. Ich hab so gut... Ja, überleben wir gerade Tilted Towers, Junge? Wir überleben gerade Tilted Towers, Digga. Wer überlebt länger? Enger. Was? Ella. E. Amorella. 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 Let's go. Freunde, ich hab gute Heels. Oha. Wo? 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 Ey, Jungs, bitte. Wir müssen überleben. Oben, oben, oben. Er wird abgefangen. Da unten ist noch einer. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Oh mein Gott. Er hat sich oben so reingebaut. Beim Main-Gebäude sind noch Leute. Ich hab ein bisschen Angst. Ich muss mich kurz zielen. Let's go. Okay, Freunde. Ich bin gerade stark unterwegs, Jungs. Bin ich euch ehrlich? Okay. Einfach chillen jetzt. Lass die Leute feiten. Ja, Digga. Und dann wird das Battle beginnen. In the beginning, Digga. Okay, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut geschützt, Freunde. Am besten ins Haus. Okay, Mikhail macht alles kaputt hier gerade. Ja, ja, ja. Zwei Mad-Kids, Digga. Wart los. Wie? Zwei Mad-Kids? Ah, ja, ja. Ich hab zehn Verbänder, ein Zelt und zwei. Sehr cool. Okay, Digga. Mikhail. Hier ist einer. Ja, alles wieder ein, aber... Oh mein Gott. Er ist hier, er ist hier. Jungs, Jungs, Jungs. Ich renne weg. Ich gehe zu André. Ciao, Mikhail. Du stirbst gleich. Komm her, komm her. Wir sind Feinde, Digga. Wir sind Feinde, André. Nimm das, nimm das. Achso. Stimmt. Du kleiner Hund! Ey, du bist so ein Hund, Digga. Du bist so ein Hund. Oh, du, Mann. Was ist jetzt von mir? Komm her. Willst du mich mal wieder verarschen? Wir sehen uns. Äh, was geht? Komm rein. Mikhail, komm zu uns. Okay, wir sind safe, wir sind safe. Mikhail, komm zu uns. NPC, gibt es da bei dem was zu kaufen? Weiß nicht. Ich bin, glaube ich, ich gucke. Was gibt es bei dem? Nichts, ein Sprintler. Ich will es aber nichts. Nein, leider nicht. Okay, Jungs. Ich habe ihn rekrutiert. Der kämpft jetzt für mich, Digga. Wie? Was ist los, Digga? Meckalakshigo, Digga. Ist er jetzt dein Kollege? Das ist mein Kollege. Ich bin im Müll jetzt, Digga. Er chillt jetzt bei mir und beschützt mich. Nein, laber. Äh, Reboot, Reboot. Reboot, Reboot. Oh mein Gott. Ey, wir müssen die wegmachen. Wir müssen die wegmachen. Er hat übelst gelasert. Er ist White Life. Er ist White Life. Er ist White Life. Er ist Down. Einen Down. Einen Down. Einen Down. Einen Down. Viel Spaß, du Mann. Warum? Ja, ich bin weg. Wie, du bist weg? Warum machst du dich so? Ich helfe dir nicht. Stitches, gibt es Stitches oder was? Wo ist der? Wo ist der Tod? Wo ist denn hergekrabbelt, Digga, der Hund? Hier ist ein Loot. Ich sehe einen. Ja, ich bin still. Wo, 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 wo. Ich habe einen. Ich hole ihn mir jetzt. Hol ihn dir. Weil mir tanzt jemand. Das ist Bot, glaube ich. Er ist hier irgendwo. Ich habe Angst. Jungs, er ist irgendwo hier. Er ist irgendwo hier. Nein. Ohne, Mann. Nein. Ich komme. Irgendwo ist jemand, Bro. Komm, mal schnell zu mir. Ich kann nicht. Hier ist jemand. Ich habe durchgespielt. Oh mein Gott. Was hast du? Was hast du, André? Ich habe durchgespielt. Nein. Woher hast du das? Ich bin versteckt. Ach, du bist so ein Ekliger. Egal, ich habe ein Zelt. Zelt ist gar kein Problem. Oh, ich bin. Ohne, Mann. Wo ist er? Komm mit. Hab ihn. Er ist one, ja. Komm zu euch. Er hat seinen Kollegen geholt. Hab einen. Er ist noch einer hier bei mir. Ist mir egal. Sterb, Digga. Pass auf, das sind zwei, oder man? Sterb, Digga. Ich habe einen tot. Ey, wir sind wild. Ich bin wild. Ja. Ja, schön. Oh mein Gott. Hab eine Krone. Glückwunsch. Lass mich. Willst du mich? So, Jungs. Ey, hier sind noch Leute. Hier sind noch Leute. Hier und hier. Schießen auf mich. Bitte, ich bin in Gefahr. Hab ihn richtig gelasert. Oh mein Gott. Schillis bringen wir uns nichts. Nehmen wir eine AI mit. Den Herder des Lebens, Digga. Den Herder des Lebens, Jungs. Ich werde alles überleben. Gehen, jump hat mega. Er ist white. Oh, er ist one hit. Ich habe den Laser des Lebens. Er ist one, er ist one, er ist one. Ich habe den Laser des Lebens. Nein, die könnten uns jetzt einen Strich durch die Rechnung ziehen. Er hat gute Hits. Oh mein Gott. 40 Leben habe ich noch. Er auch. Ich komme zu dir, André. Digga, das ist ein Hardcore-Schwitzer. Ich brauche euch. Ich schieße gerade hinter mir. Oh mein Gott. Ich bin fast tot, Jungs. Ich werde einen pushen. Bei dir eine Autobahn. Die kommen hoch gebaut. Oh mein Gott. Wie geil. Spiderman. Oh mein Gott. Ich muss mich heilen. Oh mein Gott. Ich muss... Oh mein Gott. Jungs, macht ihr mal. Ich werde hier eh gewinnen. Die sind hier oben. Die sind oben. Ja. Ich heile mich kurz. Muss ich mir kurz Schillis droppen. Okay, Hup? Ja, die sind oben. Die sind oben. Nein, bei mir. 120er. Oh mein Gott. André, da. Ja. Ich lebe noch. Tone kommt. Die holen ihn gerade wieder. Beide. Die holen ihn Michael. Du kannst ihn weglatschen. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Die Kavallerie. Digga, das ist ein Todesbots. Die Kavallerie. Michael aber auch. Ich habe kein Leben und keine... Irgendwann hast du durch gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich hole noch alle, Digga. Du musst sie noch holen. Wie oft willst du deine Waffe und dann ist es schon heilig. Den Nasenspray. Dieser Brun hilft dir nicht, ne? Nicht. Damit haben die mir nicht gerechnet. Ähm. Äh. Ja gut. Habe ich halt gesagt, dass ich, ähm... Egal, Freunde. Ich habe aber gewonnen. Diese Battle-Freunde. Und die werden jetzt eh alle in der Zone sterben. Und Michael und andere sind eh davor gestorben. Deswegen kriege ich jetzt 1 Euro von euch. Check die Videobeschreibung. Halt deinem Haul. Okay, Freunde. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ab und ab und ab. Checkt euch wie vor, meine Jungs unten in der Infobox ab. Und natürlich mein Instagram. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann müsst ihr natürlich den Algo-Arm. Und dann können wir das zeigen mit einem Like in deinem Bein. Und dann sehen wir uns. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein.